Wer schützt sich eigentlich vor dir selbst? Dafür gibt es eine Privathaftpflichtversicherung, kurz Haftpflicht genannt. Genauer gesagt, diese Versicherung ist in genau drei Fällen für dich da. Erstens, wenn du jemanden verletzt. Zweitens, wenn du das Eigentum einer Person beschädigst oder ganz zerstörst. Und drittens, wenn du jemandem finanziellen Schaden zufügst. Ich weiß, klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber anhand von Beispielen wird es dir klar. Du hast eine Katze? Was, wenn diese die Handtasche deiner Freundin nutzt, um ihre Kahlen hemmungslos zu schärfen? In einer Einfahrt zu parken und jemanden daran zu hindern, seine Garage zu verlassen, kann auch teuer werden. Vor allem, wenn diese Person einen Flug nach Australien verpasst. Doof wäre es auch, den Eingangstürschlüssel zu deinem Wohngebäude, also nicht nur den Wohnungstürschlüssel, zu verlieren. In diesem Fall musst du für die komplette Schließanlage des ganzen Hauses aufkommen. Oder ein Fall, der hoffentlich nie eintritt. Du hast einen Blumentopf auf deinem Balkon hingestellt, ihn nicht richtig befestigt. Er fällt runter und verletzt einen Passanten am Kopf. Im schlimmsten Fall belaufen sich die Haftungsansprüche bis in die Millionenhöhe. Aber keine Sorge, Koya versichert dich weltweit mit bis zu 30 Millionen Euro. Alles, was du dafür brauchst, ist ein deutscher Wohnsitz. Du willst deine Liebsten mitversichern. Koya bietet dir einen Tarif, bei dem deine Familienangehörigen vom Schutz profitieren. Dein Partner, ein Kind oder mehrere. Eure ganze Familie ist damit abgesichert. Wir sind für dich da, wenn du Fragen hast. Du kannst uns gerne anrufen und seine E-Mail schreiben an hello.koya.com oder einfach mit uns chatten.